Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, oder was auch noch in mir schaut, ich bin der Dich von Matching und ich begrüße euch zum nächsten Video auf diesem Kanal. Und zwar endlich mal wieder Renegade Platinum, hey. Diesmal auch hoffentlich wieder mit besserem Ton. Ich hoffe es einfach mal. Hier ist hier das Team, das habe ich mit zwei Jahren schon zusammengestellt und jetzt auch noch trainiert. Wir sagen, gehen wir das Team nochmal durch. Und zwar haben wir hier Frischkäse, das Tarnheel. Haben jetzt einen Partner aber auch erst bekommen. Ähm, was mir aufgefallen ist, das Ding hat, äh, die Fähigkeit Steinhaupt. Also kein Neutral-Torso, der uns irgendwie vor Bedrohung bewahrt, nein, Steinhaupt. Und das nur wegen Bodycheck, gefühlt. Dann haben wir noch Zenheadbutt und Ironhead, also das Set hat sich letztendlich nicht verändert. Haben sollte ich auch, das ist ein gutes Set. Vor allem mit zwei 80er-Moves, die bei den anderen Steps sind. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Jetzt haben wir dann Hasenkeule. Das habe ich auch nicht großartig ausverändert, weil es ja im letzten Part schon 14 war. Und ich wegen des, ähm, Maximum-Levels 16 und den Phenipedion in dem Spiel bekommt, nicht, äh, höher leveln wollte. Ja. Also jetzt haben wir Barbecue. Und der hat, bei dem hat sich eigentlich nichts geändert hier im Moveset. Ähm, gut ist es, äh, ja. Äh, Durchbruch hatte ich als TM. Und hier gibt es die TM's immer 99-fach in dem Spiel. Heißt, ich könnte ihm einfach Durchbruchball bringen und noch ein paar anderen Team-Mitglieden auch. Und ja, bis hat er einfach per Level abgelernt. Ist schon ziemlich crazy. Und in zwei Levelen entwickelt er sich schon zu glück, so. Ist auch ziemlich cool. Dann als nächster haben wir, äh, McNugget, äh, ähm, weil ich immer nichts geändert habe. Und ich will gar nicht weitergehen. Ähm, ja. Dann haben wir hier Brutine. Mich, äh, bis auf den Brickbreak nichts geändert hat. Und zwar wartest du an Level-Up-Move. Insofern habe ich den Aussehen nicht erlernt und stattdessen einfach die TM verwendet. Yay. Ähm, ja. Das ist aber auch nicht so, sei das passiert. Und dann haben wir noch das nächste Mal hier, Paya. Ja, dem ich auch dem Brickbreak beigebracht habe. Der hat sich inzwischen auch zu Lombrero entwickelt, wie man sieht. Und dann hat, äh, immer noch Blubber, immer noch Megasauger. Dann hat er halt noch, äh, den Durchbruch und den Mogelhieb. Und ich würde auch sagen, wenn wir jetzt nicht in die Arena gehen, werde ich mit Paella liegen. Weil, äh, ja, da werden viele Dual-Types sein mit Wassergestein, Bodengestein. Und ich glaube, da wäre Paella am Anfang schon mal die richtige Wahl. Wir machen ja auch jeden Trainer, die sind ja nicht kacke. Und ja, schauen wir mal rein. In die erste Arena. In den ersten Kampf. You wait, lay on the way around. Let's see why you do that. Weil ich kein Verstappen bin. Der Angeser Jonathan. Lied mit Rihorn. So Paya eigentlich immer schon. Und zwar mit dem Blubber. Aber jetzt, wie gesagt, nur, dass wir nicht zu viele, ähm, zu viele EP bekommen. Weil ich Paella sehr geil noch im Arena-Kampf verwenden würde. Das ist einfach fast ein Level-Up. Gucken wir jetzt noch, oh, wir haben jetzt einfach noch ein, äh, Ammonitas. Und das muss ich eigentlich auch mit Paella machen, weil ich sonst keine Pflanzen-Moves im Team habe. Ben, lass, bitte, jetzt bin ich auf LW-16 hoch, bitte. Bitte. Ich will nicht so viele EP haben. Okay. Kabuto. Also, ja, ich muss das hier gerade komplett Paella machen, weil, ja. Wie ist das, was im letzten Mal passiert ist? Ich will jetzt auch ein Risiko nicht nochmal eingehen. Weil ich dann, äh, in den Switch reingehe und, da kommt plötzlich, ähm, da muss ich Walzer. Und Walzer ist not gut. Und wir haben jetzt wieder PMD ein bisschen gespielt. Da ist Walzer genauso not gut. Also, es tut einfach nur weh. Und dann haben wir Paella Level 16, heißt, er darf jetzt keinen Wert mehr bekommen. Und das, und dann haben wir uns noch ein Kampf vor uns. Den werde ich dann vermutlich jetzt gleich mit, äh, mit, was da, äh, mit Frischkäse angehen. Sein erster, oh, ich kann doch Proteine nehmen. Welchen Protein? Ja, ich könnte Proteine nehmen. Mach ich aber nicht, deswegen bin ich immer noch so ein Blauch. Ähm. So, Proteine soll das eigentlich hinbekommen. Außer kommt jetzt irgendwie, Lunastein. Jetzt, jetzt hab ich's gecallt, jetzt hab ich's gejinxed. Iron, okay. Ja, das ist ja klar. Er hat Proteine, glaube ich, nicht das große Problem. Quick break, go. Okay, es sind jetzt nicht so viele EP. Ja, ist nicht klar. Anno Ritt. Und ich hab das irgendwie noch nicht eingestellt, äh, umgestellt hier. Da haben wir so gecrashte Aufnahmen, bei denen, äh, wenn ich's dann auch machen wollte, denk ich bei der nächsten Aufnahme nicht mehr dran. Das ist richtig kacke. Okay, aber was soll Anno Ritt jetzt Rosarie ist können? Machen wir mal ein Durchbruch. Aber heute, das machen wir nicht aktiv, oder? Äh, 10 KB. Nicht klar. Wenn jetzt ein Aero-Asso so kommt. So, haben wir auch schon mal den zweiten Ebenerraum, Seismic Toss. Kann man sich mal beibringen. Aber wir brauchen eigentlich nicht so viele Kampfmuffs, aber Gummis Macholo lernt halt nichts anderes. Ja, man kann mal gucken. Okay, ja, Linie. Machen wir mal kurz ein Durchbruch rein, und dann wird es, dann wird der Arena-Kampf beruhigt eigentlich nur aus, ähm, Westerm. Aus Paya, Proteine und Frischkete bestehen. Und, wenn wir 16, nein, ist es tatsächlich nicht. Ich geh jetzt noch schnell über den Monzailen, und dann können wir direkt in den Arena-Kampf rein starten. So. Verstehen wir mal, dass wir hier mal ein bisschen, wenn ich mal kurz schauen, jetzt ist er bei etwa sieben Minuten, äh, ziemlich genau bei sieben Minuten. Und wir jetzt mal gucken, wie wir jetzt für den Arena-Kampf brauchen. 23.03, am 3. März, 2019. Oh, 2019. Oh, yeah. Ey, mich hier mit Frischkäse rein. Ich will ja euch, soll ich mich dann eigentlich mit einem Defense hochboosten? Okay. Fight gegen Fight. Oder, ich will ja auch, wie englisch heißt. Welcome, this is the Orberg's Pokemon Gym. I'm Rourke. Seine Eltern haben ihn gehasst. Definitiv. Dann ist es so raus, du bist so, und dann haben die ihn dann, genannt. Oder, travel by side, Rourke. I'm but one trainer. I'm but one? Ich verstehe den Satz nicht. We decided to walk proudly with Rock-type Pokemon. As the Gym Leader, I need to see your potential as a trainer. And I'll need to see the toughness of the Pokemon that fell with you. So, erst dann, ich komme, wir walk. Walk. Man, das ist ein Name nicht. Und das ist ja sechs Pokemon. Ich lebe mich mit Nasenheit an. Mit 15 Nasenheit. Okay. Ich lebe mich mit eigentlich an Donnerwelle. Also, ihr wisst, ich habe hier jetzt ein High-Item. Und pro High-Item und das er benutzt, kann ich noch ein weiteres machen. Tarnsteine. So, jetzt haben wir die Eisenschädel. Macht guten Schaden. Schockwelle. Wir haben einen guten, speziellen Bulk, das sollten wir eigentlich gut aushalten können. Ja. Hätte weniger sein können. Der hält sich jetzt wieder hoch. Einen Tank hat er weg. Also haben wir gerne, das sind zwei. Also, als ob der so oft paralisiert ist. Sandsturm. das juckt, das juckt, frisch geht jetzt nicht wirklich. Also, einfach, 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 einfach schon in den ersten vier Runden dann kommen wir das Move-Site. Finde ich, sehr angenehm. Wenn man denkt, dass man sich hier mit einem, äh, mit einem Boden gestalten und einfach, äh, einfach, in die Ruhe hochboosten könnte. Alter, das ist doch lächerlich. Guck es noch einmal. Bitte nicht verrecken. Bitte, 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 bitte kein Crit, bitte kein Crit, bitte kein Crit. Nur mal Schockwelle. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, als ich da jetzt drin gelieben bin. So, jetzt bitte keine Full Para, bitte keine Full Para. Komm, bitte durch. Irgendwann, es war schwierig, die Kampf. Oh Mann, ey. Das waren jetzt locker fünf Runden, äh, war jetzt um die sechs Runden, die ich spalisiert bin und ich war davon, aber davon glaube ich, zweimal angegriffen oder so. Das war KB, Keline, danke. So. Das erste Mal von ihm ist weg und so ist er eigentlich auch fast. Geodude. Ich muss anbänden bleiben. Aber ich gehe jetzt gleich raus in Paea. Ich sehe nämlich, ich habe schon den, äh, den Boden move und da will ich nicht, äh, erstens, mich nicht hochheilen. Fire Punch. Warte. Dann schauen wir uns auch mal wieder enden. So, welches, äh, welches Atem habe ich denn denn? Oh, feier. Den Miracle Seed. Okay, ich kann ja auch, also auch auf den Megasauger gehen. So, go. Miracle Seed, Step, Megasauger. Es ist zwar ein Landsturm, aber das wird auch trotzdem nicht tanken, oder? Er tankt es mit einem KB. Oder so ähnlich. Rock Choup. Er misst. Und Seed ist weg. Gut, gut, gut. Das ist richtig gut. Big Break. Und weg. So, zwei Manns von ihm weg und bei uns doch nichts. Das ist gut. So, was haben wir denn jetzt? Oh, nix. Okay. Oh, nix. Das können wir mit Paea besiegen. Der hat genau so eine Kackspätze für den Stein. Und der ist schneller und bringt mir den Sandsturm raus. Toll. Und Megasauger. Und ich hoffe, er ist weg. Sonson Rage ist ja next. Labitar. Okay, wir können ja eigentlich ganz recht easy mit Paea den Mega-Drain-Spam, weil hier einfach eigentlich ein nix ist, was ja, okay, er macht halt ein, man hat halt ein Durchschnittsschild. Adrenalin. Da spielt Flamer und Adrenalin. Warte. Okay, bevor hier jetzt irgendwas eskaliert von wegen äh, Kritt oder so, ich zwei Moves von dem mit Proteine, deswegen er geht wieder auf den Protect. Dann Sturm ist auch noch anbieten. Und Proteine kassiert. Da habe ich die Haare ist recht schwer, halte ich ja auf den Low-Kick. Dann bist du mit dem Protect. Bulldoze. Adrenalin. So, noch kein Mann verloren und noch zwei äh, müssen wir auch hier machen. Pferd, Level 17. Kranidas, okay. Letztkripp, weil das Ding ist einigermaßen schnell auf dem Level. und kann richtig grünen Schaden drücken. Die soll auch drinnen bleiben. So, da ist jetzt sein Signature hier. Meine beiden Monster, die ich hauptsächlich regeln wollte, haben nicht mehr Angst für die KP. Dann möchte ich jetzt entweder einen davon hochheilen und Proteine abwerfen und ich wechsel in irgendwas rein, um es ja mit Paea reinzukommen. Aber ich weiß halt nicht, ob Paea schneller ist. Können in McNugget gehen. Oder ich probier's, ähm, ich probier's, indem ich Proteine hochheile. weil der hat, wenn er jetzt mit dem Steinhof kommt, den resisten wir. Bitte jetzt keinen Zenkopfstoß so ähnliches. Ich hab keinen Zenkopfstoß. Er hat wirklich den Zenkopfstoß. Och nee, Alter. Paea. Panda Punch. Ich kann mich hochheilen, aber ich kann mich ja nicht hochheilen. Lass uns jetzt hier schon wieder. Oh, fuck, nein. Letten sein, but. Meine nächste ist down. So. muss ich jetzt so probieren. Tankes, bitte, 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 ich brauch nochmal einen Heuler. tankes, ja, das ist RIP, das ist RIP, und RIP an den Tarnstein. so, jetzt ist So also theoretisch ist die Challenge jetzt verloren. Ich würde natürlich sagen, wir machen weiter ohne die Dinger Klaus, weil ich kriege das ohne, wie geht das mit der Level Klaus nicht hin? Weil ich jetzt einmal schon mal per Ehr nicht mehr habe. Und eben weil Monster wie Frischkäse oder Proteine noch nicht so die Durchschlagskraft haben, die sie theoretisch haben könnten, wenn man die ein, zwei Level höher hat. Dann können wir uns mal probieren mit höheren Leveln, so Level 18 vielleicht. Oder wir beenden das jetzt hier. Also entweder, ähm, normalen Versuch ohne, äh, mit Level Klaus oder, ähm, also eigentlich normalen Versuch ohne, die, was ist, ohne, äh, Level Cap. Oder mit Level Cap plus 5 oder so, also dass man quasi das Höchstlevel vom Reihenleiter nimmt, plus 5. Das kann ich mir auch vorstellen. Oder wir beenden das jetzt hier. Ja, ich würde wahrscheinlich mal gucken, dass ich dann eine Abstimmung in die Endcard reinpacke und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und ciao. Bitte dann aber auch abstimmen, ne? Ciao. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 9, 10, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 20, 14, 15, 16, 17, 20, 19, 20. Untertitelung des ZDF, 2020